hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge beispiel mit pecky von production line wir werden zuerst einmal schnell wieder laufen lassen und heute wäre das ziel dass wir nicht so weit kommen dass wir hier zubehör montieren dass wir das in die einzelnen sachen zerlegen können weil elektronik montieren haben wir nicht allzu viel im gegensatz da haben wir vier mitarbeiter und da haben wir sechs mitarbeiter sieben mitarbeiter ist relativ viel brauchen wir wahrscheinlich noch gar nicht dem herzubehör montieren und das werden wir weiß ich noch nicht genau wahrscheinlich von hier hinten starten das heißt wir werden zum einen mal hier das erweitern der große teil das hier würde weniger und eines kostet genau gleich viel kosten pro stunde 6000 wenn wir den nehmen kostet auch genügend so tank aber für das müssen wir zuerst hier alles freigeschaltet haben damit wir eigentlich das was hier kommt werden wir weiter schleusen und dann hier hinten die ganze fertigung städte dann verwenden dann läuft es hier im förderband schön durch in der hoffnung dass auch alles ich sag mal schnell von statten geht wir haben 14 minuten das geht drei minuten drei minuten drei minuten vier minuten zwei minuten und eine minute so die sind natürlich dann nicht komplett ausgelastet das ist klar aber hier die die drei minuten gehen das hier ist der block oder in windschutz und das vier minuten dauert dann müssen wir dann schauen wie wir das hinkriegen so aber das ziel wäre dass wir hier abschweifen und wahrscheinlich irgendwann das nicht mehr benötigen wir könnten zwar versuchen das momentan hier drinnen zu verlegen ich meine eigentlich wäre angedacht dass wir das später zerlegen und das hier in dieser reihe machen bevor es dann wieder hier zu den motoren geht die man ein bisschen raus also die vorstellen dass wir wenn es hier fertig ist mit der karosserie dass wir hier eine eine u-förmige partie machen mit den ganzen lackierung sachen und nachher zu den motoren kommen die motoren werden wir hier hinten irgendwie verlegen und dann das zubehör eben da dann kommen wir da wieder raus die frage ist sollen wir jetzt das zubehör momentan noch hier bauen und später wenn wir mehr kohle verdienen dass wir das freischalten das kostet uns kohle das kostet uns kohle das möchte ich vielleicht jetzt noch nicht unbedingt ausgeben mal schauen so was kommt jetzt noch klimaanlage montieren klimaanlage montieren gut das wäre noch der letzte teil ja nochmals hier rein das sieht relativ gut aus windschutzscheibe haben wir noch nicht drin restliche sachen sind aber alle vorhanden gut befertigen eben wie gesagt das kostet uns natürlich dann ganz viele mitarbeiter frage ist ist das teile einfügen günstiger oder eben nicht was weiß ich nicht einzeteile montieren wir werden es einfach mal austesten falls es nicht funktionieren sollte werden wir halt dann wieder zurück wechseln und da sehen wir dann relativ schnell hier bei den zahlen ob es weiter nach oben geht oder eben leider nicht aber das warten wir noch schnell windschutzscheibe ist in der fertigung ja oder nein das ist gerade in der fertigung klimaanlage das ist noch nicht in der fertigung warum klimaanlage doch das ist in der fertigung klimaanlage montieren das kommt nach als nächstes sehr schön dann wäre noch in den raum der kommt auch armatur und spezialisierung nehmen wir das gleich nach vorne dann die bedienelemente okay das sieht doch das sieht doch schon ganz ordentlich aus da müssen wir nachher einfach bei zubehör die technologien dann die richtigen verwenden dass wir das auch anbieten können autos gewöhnlich ein stabiles dach ja klar gewöhnlich sehr selten während sonnendach sie kann lage okay dann haben wir eine soundanlage drin oder keine musik sehr gewöhnlich sitze sehr selten weisse ledersitze das machen wir auch nicht wirklich weil das geht dann wahrscheinlich irgendwann schon bald in diese klasse rein wir könnten aber also machen wir nicht lederausstattung die marge bricht wirklich ein die marge bricht wirklich ein da müssen wir langsam aber sicherlich dass sie herausnehmen und dass wir machen da nicht wirklich plus dann meine der ist schon was ganz oben gewöhnliche lassen wir drin denn es wie machen wir einfach das was selten ist knallen wir rein die restlichen sachen lassen wir wobei bei denen ja jetzt müssen wir aufpassen sind wir dann eine weitere limousine machen warum läuft das nicht ein ähnliches modell erstellen wir schauen mal schnell limousine mittelklasse limousine mittelklasse sieht auch noch relativ gut aus holen wir uns den markt vielleicht noch also limousine okay ähnliches modell erstellen und dem sagen wir wir sagen wir den limousine limousine haben wir die m klasse und diese nennen wir die k klasse k klasse dann wissen wir immer kompakt mittelklasse da machen wir limousine o und limousine l machen wir so die m klasse die m klasse die geht jetzt gleich mal raps voll nach oben warum weil wir hier weil wir hier was machen na wir ein boot und das sein sollten dass das ne frau erbe ok leder ausstattung hoffentlich auch nicht aber vielleicht mal so da können wir da was verkaufen machen wir eine 5000er marge dieses modell müssen wir dann irgendwie noch einbringen wichtig ist auch dass wir die sachen hier ausstatten nicht dass sonst haben wir ein problem uns haben wir ein riesenproblem sieht aber bis jetzt ganz gut aus bist du dann auch ok ok weil also viel plus machen wir dann auch nicht oder zum mängel nicht gut nicht gut so hier müssen wir nicht schnell vorankommen das heißt wir werden hier und dann einen neuer einbringen jetzt haben wir windschutzscheibe wenn wir die m klasse einfügen machen zwei von denen zwei von denen und eine von der m nee 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 jetzt muss ich da nochmals wir machen die k klasse jetzt wieder dann machen wir wieder die den kompakt wagen und dann die m klasse ja ja dann die m klasse gut wieder denn da die ganze zeit mit ich will da keine roboter kaufen braucht das gar nicht schnell genug unterwegs naja also dann haben wir windschutzscheibe jetzt wird noch die klimaanlage dies dran nehme ich jetzt mal an klimaanlage genau und dann armaturen ja in den raum bedienen elemente das fehlt dann noch sollte bekommen technologien müssen wir nachher wieder schauen technologien elektronik elektronik touchscreen meine güte das sind dann schon recht heftige sachen hier panorama doch das nahtpaläder meine güte klimaanlage man ja klimautomatik klar wir haben ein kleiner wehen ein kleiner wer Wir machen Minus, wir machen Minus, Komponenteneinkauf, Einnahmen, nur die Fahrzeuge, nur die Fahrzeuge, wo wir Geld einnehmen. Ah, jetzt ist wieder besser, okay, das war der Moment hier, die Momentaufnahme, falscher Moment reingekommen, okay, gut, jetzt ist gleich dann Klimaanlage fertig, komm, das bauen wir alles hier drin, zuerst mal auf, das bauen wir alles hier drin auf. Warum wir letztes Mal wahrscheinlich Konkurs gegangen sind, war ganz einfach, wir haben hier die Lackiererei gemacht, die braucht drei Mitarbeiter und ihr seht hier, das braucht einiges mehr, das braucht je ein Mitarbeiter, das heisst, wir haben drei Stück, das sind neun Mitarbeiter für die Lackiererei, dann haben wir das benötigt, dann je nach Zeit, drei Minuten, zwölf Minuten, da haben wir wahrscheinlich nur einen genommen, da haben wir dann etwa zwei oder drei genommen, da haben wir wieder einen genommen und da haben wir auch wieder zwei, drei genommen, also wir haben viel, viel mehr Mitarbeiter auch gehabt, wahrscheinlich auch viel mehr Ausgaben, was auch der Strom betrifft, müssen wir wieder neu zukaufen und das hat uns dann im Endeffekt einfach ruiniert, da sind wir nicht mehr nach vorne gekommen. Das ist eigentlich hier, Anzeige von Slot-Fahrzeug, Warnungen, Ausschalten, nö, das lassen wir drinnen. So, wie sieht's aus, Klimaanlage fertigen, ist durch, was kommt jetzt dran, Armaturen, ok. Technologien, wie sieht's hier aus, hat sich da schon was getan, nö, nö, nope, hier auch nicht, rote Ledersitze, mein Leberscholle, ja aber, gute Sache, wir nehmen das gleich nach oben, jetzt bin ich dann gespannt, ob das hinhaut, es kostet ja auch viel Kohle, aber, aber wir kommen mit den Teilenpreisen runter, wenn wir hier mal ein bisschen vergleichen, wo war das hier, Ausgaben, die Teile, die kosten halt einfach, nö, importierter Strom, teile sehen wir jetzt da gerade nicht, nach Preissortieren, ihr seht, Sitze aus weissem Leder, wenn wir das hätten, mein lieber, Scholli, das kostet ja, Antrieb, Motoreinheit, das sind die Preise, wenn man sie im gesamten, im gesamten Einkauf, das ist viel zu teuer, viel zu teuer, wenn wir hier einzelne Komponente einkaufen könnten hier, gut, ich weiss nicht, kommt, könnte im Endeffekt vielleicht leicht teuer kommen, vielleicht, weiss gerade nicht, aber wisst ihr was, wisst ihr was, wir haben noch eine Möglichkeit, jetzt bin ich gespannt, ja ganz unten, gibt es ja hier das mit Marketing, oder nicht, können wir solche Sachen nicht verhandeln, Verwaltung, hier, Export, Erbesserung, Ernstwerbung, vorsorgliche Wartung, verwendigte Verkäufe, computer Verkäufe, ey, 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 ich dachte, irgendwo hatten wir eine Möglichkeit, um besser an Teile zu kommen, doch nicht, hä, den nehmen wir noch mit, nach Besserungen, der weiter haben wir drin, aber bestellen, den nehmen wir jetzt auch noch mal mit, okay, ich dachte, wir hatten das, doch nicht, hä, wie sieht's aus hier, meine Güte, die machen ja fast nichts mehr, an Plus, machen fast nicht mehr Plus, das ist ja der, der noch Plus macht, ist nicht geplant, der macht auch noch so einigermassen Plus, okay, und der kleine Welle ist auch nicht drin, hä, ja, da knallen wir den mal ganz nach oben, und geben ihm mal gewöhnlich, gewöhnlich, selten mit, ja, der gibt auch nicht, wirft auch nicht viel ab, der ist auch nicht geplant, hä, hat aber das nötigste drin, aber ihr seht auch hier, der wirft, wirft fast nichts ab, weil das sehr selten ist, bei einer Kompaktklasse, ist auch keine geplant, von solchen Fahrzeugen, Konkurrenten sehen wir halt nicht wirklich, glaube ich, ich glaube es nicht, Hersteller, Autos pro Stunde, machen nur vier Stück, sind nicht schnell genug, ach, so, oh, Leute, jetzt haben wir, ah, hier ist es drin, Airbag fertigen, ach so, auch so, nochmals vier Mitarbeiter, Bedien-Element montieren, ich sehe, ich habe gerade ein bisschen Angst, wenn ich jetzt das hier stilllege, und alles neu einkaufe, hier, mit Fertigen der ganzen Sachen, das was bringt, oder ob wir uns dann gleich mal in den Ruin schmeissen, also da, da, ich habe gerade einen Höhlenrespekt davor, was machen wir denn am Plus momentan, was, machen wir wieder Minus, warum machen wir wieder Minus, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht, hier, Komponenten einkauf, einfach zu hoch, er ist, ja, meine Güte, der ist einfach zu hoch, kriege ich den runter, dann Löhneforschung, okay, Löhneproduktion würde steigen, das ist klar, Miete geht nach oben, massiv nach oben dann, von dem her bleiben wir mal innen, und Löhne im Verkauf, das ist die Marketing Ausgabe, die haben wir noch nicht, Einnahmen sind wirklich nur die Fahrzeuge, wir müssen da irgendwie schauen, wie wir das hinkriegen, die autos gehen nicht weg doch einmal gehen sie wieder weg und wir haben viel zu viele mängel zu viele mängel das müssen wir in den griff kriegen qualitätskontrolle sie in den griff kriegen hier nachbesserung das hier ja das müssen wir machen das kommt glaube ich auch oder nachbesserung ja ja das muss unbedingt kommen das ist nicht so wichtig wir müssen hier weitermachen wir müssen unbedingt hier weitermachen zentral verriegelung sicher forschungszentrum raus das auch das auch ja da ja unbedingt ganz viel günstige sachen ja was haben wir da noch schönes jetzt der aussenspiel anoramadach kostet alles nichts oder wenig elektrische sachen klappe das muss alles ein ja spoiler für die rennmaschine das muss alles rein und sie haben viel zu viele mängel momentan was ist los selten kommt ein fahrzeug raus das wirklich perfekt ist was nicht gut wir schauen was das hier genau heisst aber wie viele fahrzeuge dass wir hier haben ich damit mängel zurella jack was macht ihr denn dann machst du halt einfach nicht gleich viel plus ja aber ausgaben wie kann ich denn hier ich kann die preise ja nicht steuern kredite kann ich aufnehmen ok aber ich kann ich kann die preise ja nicht ich kann da nicht einfach etwas runter wirken wie sieht es eigentlich denn aus auf dem markt verstehen wir denn da noch ja ob wir noch bei sechs prozent kleiner wählen ist nix da machen wir nicht es müssen wir auch nicht machen aber wir könnten eigentlich bei der mittelklasse hier und beim kompaktwagen mittelklasse das können wir noch einen machen kompakt im magen das ist der k ja und dann machen wir hier endlich das modell erstellen und das ist dann aber ja und der m hat drin muss ja schauen was der drin hat fahrerberg heizung navi 30.000 der 29 8 35 31 kommt aber gleich viel aus ein bisschen ist nicht geplant nicht geplant schauen wir mal schnell im zeitplan drin können wir das ja doch können wir aber wir nehmen hier den kompaktklasse ja zweimal diese und dann fängt sie davon denen ja wir machen aber nicht viel plus mit den fahrzeugen hier 3.000 9000 2000 5000 11.000 aber sag mal warum jetzt zu fein mal so viel was denn da wieder passiert die zion kosten wir komponenten manchmal hakt ja richtig so ich habe keine ahnung warum jetzt die preise so tief sind haben viele mängel das ist ein bisschen doof nicht eingebaute komponente jawohl auto hat keine allgemeine merkmale nämlich nicht ab prozent satz aktanalyse wir kommen nicht nach oben nimmer minus machen zu viel minus machen auf die 24 Stunden ok machen wir zwar plus aber auf die Stunde momentan wieder minus massiv das hat wenn man vier Komponenten wieder einkaufen muss das ist das Problem wahrscheinlich ok gut wir sind auch weiterhin am forschen wir kommen so nicht voran wir müssen wirklich gucken dass wir beim nächsten Mal das hier fördern können wir wissen aber wir müssen aufpassen dass diese Fertigung hier so ein Problem werden kann die Fertigung hat überall länger hier 29 Minuten sechs Mitarbeiter werden gebraucht plus Strombedarf hat 29 Minuten so ein Teil ich weiß nicht ob es das wirklich bringt oder einkaufen günstiger ist das läuft einfach durch das läuft dann einfach durch aber wir müssen die Teile halt dann auch haben das heißt Windschutzscheibe fertigen nun gut wir werden das aber in den Einzelteilen zerlegen haben dann Mitarbeiter mehr strommässig müssen wir dann schauen wie es weitergeht und wir werden das alles hier drinnen mal veranstalten anders kommen wir nicht durch wir fahren mal 800 auf einmal machen wir wieder Riesen Minus oder ganz viel Plus wenn wir mal 3-4 Autos hintereinander verkaufen wahrscheinlich viele Mängel haben wir zu viele Mängel habe ich so das Gefühl nach Besserung kommt das dann langsam aktuell wird der Forst Motorhaben Produktion ok der Mond dann sehr viele Sachen hier drin können wir noch weitere Komponenten gleich reinbuttern hier Scheibenproduktion hier auch noch alles das was so mit 1000 ist ich gucke mal nur auf das Räder Reifen Bremsen intelligente Anschlüsse ja ich glaube das sind wow ok wird eigentlich dann so weit klappen gut liebe Freunde dann machen wir hier eigentlich wieder mal einen Cut hier wir sind immer noch im Positiv das schon mal das schon mal gut und jetzt beim nächsten Mal versuche ich dann dass wir hier das ausbauen dass wir das ausbauen und dass wir die Komponenten dann mal ja man dann wird mal kurz beobachten wie das wie das funktioniert dann schauen wir falls es nicht funktioniert hoffe ich dass wir dann noch zurück können ansonsten laden wir das Spiel dann neu machen wir es dann so gut das war ein kleiner Vorgeschmack dann machen wir hier eine Pause bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen hoffe hat euch Spass gemacht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ich verabschiede mich euer Peggy Bye 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 Bye